Ich weiß nicht, ob ich den hier vorne nicht abschütte. Gott. Ähm. 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 Nabbend. Muggele hier im Diamond Panty. Dann steht ja noch ein Drink auf der Theke. Hey Boss, woher soll ich wissen, wo zum Teufel sich steckt? Oh, oh. Ich, ich hasse das Ding. Schön. Der Boss ist nicht allzu glücklich. Das ist das falsche Mädchen. Du musst mir helfen, die richtige zu finden. Ich? Ich hab dir schon geholfen. Und ich hab dir meinen Bienentrick verraten. Wir sind quitt. Warum will dein Boss jemanden so dringend finden, dass er trotz Bombe hier bleibt? Willst du hier nicht raus, Gary? Mir egal. Ich hab sowieso keinen Grund zu leben. Hör zu. Du kennst doch angeblich ein Mädchen, das so aussieht. Annie, du sagtest, der Name sei Annie. Vielleicht ist das das Mädchen, das er sucht. Warum bringst du sie nicht her? Und wir geben dir, was du willst. Sprit fürs Flugzeug, deine Freunde, alles. Ich weiß nicht, ob ich das tun will. Es ist nichts Persönliches. Oh. Na schön. Dann lass dich von der Bombe mal nicht in den Hintern treffen. Ich frag die Chefin, ob sie weiß, wo sie hin ist. Sie weiß viel über sie und ihre Verstecke. Okay. 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 Aber lass mich nicht hängen. Oh, ein Bogen, Armbrust. Hm. Die VIP-Launch. Hier wollte ich ja schon immer mal rein. Mann. Hab ja eine alte Dame, die in diesen Drogenhöhlen in Engelton Suppe kocht. Sieh mal nach. Okay. Ich kann das. Kann ich den nehmen? Der ist schon zu durch. Hey. Okay. Okay. Hey, pause it! 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 austauschen. Das kommt mir echt wie ein mieses Ding vor. Och ne, jetzt will ich die Stadt absuchen. Aber unsere Ärsche zu retten ist wichtiger als sie flachzulehnen. Ich suche sie. Oh, hier steht ja Schnipobi rum, Schnitzel, Pommes, Bier. Jom, 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 jom. Elektro-Schocker. Ich bin mir nicht so sicher. Worauf wartest du, Schatz? Beweg dich endlich! Tennis-Outfit. So, woran soll's denn gehen? Ähm. Okay. Da, ne Liederjacke. Lift to ride. Schwarz umrandete Brille. Klar. Jawoll. Ja, das wäre eh jetzt wieder. Oh, scheiße! Ups. uuu. Ups. okay geradeaus dann müssen wir irgendwie auf die brücke rauf und dann darüber oder ich fahre einfach ganz durch so Die Kiste sieht aus. Das war nichts. Also fahre ich wieder zurück, fahre über die Brücke. Die Kiste sieht aus. Die Kiste sieht aus. Ups. Hey Kumpel, ein Typ in der Star Villa in Sunset. Sieht aus, als ob er dringend irgendetwas braucht. Halt aus, Baby. Daddy bringt alles in Ordnung. Moin, moin. Hank. Was geht, Hank? Motorschaden? Ja. Ich wollte schon seit Jahren mal mit meinem Baby durchs Land fahren. Als es dann losging... In den Straßen wimmelt es vor diesen toten Biestern. Schlimmer als die Illegalen. Ich bin Mechaniker. Ich kann da sicher helfen. Was du nicht sagst. Ich brauche nur Propangas und etwas Acetylen. Dann schnurrt mein Baby wie Cousine Daisy. Äh, das ist aber eine sehr gefährliche Kombination, oder? War ja klar. Erst sagt er, er will helfen. Dann meckert er rum. Komm schon, leg los. Oder muss das aber. Das war's für heute. Alles ist abgefahren, wie der aussieht da in den ganzen Witzspitzern. Wie der da ran springt, geil. Was ist das da? Der soll uns helfen. Oh, das war jetzt laut. Das Game ist mir irgendwie zu leise. Jetzt reicht es mir aber hier. Oh. Der Kanal zum Ausführer, ja. Moin. Er ist weg, Mann. Ähm. So. Oh. Servus Bandar Gurke. Alles klar. Und läuft. Heute mal ein bisschen Walking Dead Rising. Findel? Wer zum Teufel bist du und was willst du hier? Hallo? Wo? Also ich suche nach jemandem namens Annie. Ist sie da? Woher kennst du Annie? Ich könnte dich reinlassen, wenn du was für mich tust. Und was genau wäre das? Wir mussten unsere anderen Verstecke schnellstens verlassen. Ich muss dir wichtige Dinge dort lassen. Meine Tätowierausrüstung ist in der Schule und mein Herr. In dem halbwertigen Haus. Wir wurden verfolgt. Er ist in einer Schacht. Okay. Ich hole dein Zeug, aber dann lässt du mich zu ihr. Genau. Die Tätowierausrüstung aus der Schule, die Ringschachtel aus dem Haus. Achte auf das Graffiti. Okay, Lady. Abgemacht. So, bei mir läuft's hier, ne? Ein bisschen mal hier rumzocken. Mal gucken, wie das Game ist. Das ist bisher so ganz, ganz nice. Was toll ist. Huch, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich mir die Schuhe angezogen. Really? Meine Lieblingswaffe Katana. So, warte jetzt wieder. Jetzt gucke ich jetzt wieder hier durch die Gegend, oder wie? Okay. Ist ja nicht weit. Ah, wo darf's hingehen? Ey, really? Da rein? Ah! 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 Scheiße! Was hat der denn mit seinem Scheiße? Was ist denn? Was hat der denn mit seinem Scheiße? Was? 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 Krase Typen. Jawoll. Sombrero. Ah, Keks. Kekse sind gut. Wampf, wampf, wampf. Was? Ich habe genug von dir. Ah! 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 Ich hab genug von dir. Jawohl, Whisky rein. Boah, das Katana rockt. Flammenschwert, oh, das wär auch geil. Oh Gott, da ist eine Bombe drin. Jawohl, Bombe ins Gesicht gesteckt, nice. Granate. Sorry. Das war jetzt nicht so geplant. Das war jetzt nicht so geplant. Ah! Ah! Richtig auf die Mütze. Essen trinken wäre mal geil. Chinesisches Essen. Jawohl. Schulmädchenrock. Da ist es ja. Oh. Was? Er lebt immer noch. Es ist... Was war das denn, bitte? Was ist denn dieses Home-Zeichen hier? Ach, hier kann man speichern, ne? Ja, da. Waffen-Schließfach. Hä? Okay, will ich alles nicht. Was ist das hier? Kleiderschrank. Na. Die Mechaniker-Overall. Klar. Das ist nicht gut. Okay. Hm. Okay. Scheiße, scheiße, scheiße! Scheiße, scheiße! Der Auspackpuffi. Wer sind die denn jetzt hier? Ja, aussteigen und aufsteigen die Fresse kriegen, genau. Ja, aussteigen. 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 Ähm. Wie soll ich denn da reinkommen? Ja. Ja, aussteigen. Ja, aussteigen. Ja, aussteigen. Ja, aussteigen. Ja, aussteigen. Ja. 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 das ist ein Tildo und sich Oh, was zu trinken und essen. Ah, da. Huch, sorry. Falsche Taste. Nein. Was? Ich soll ans Handy gehen. Wieso soll ich ans Handy gehen? Ich guck mal kurz, was auf dem Handy steht. Kleinen Moment. Ja, er schickt mir eine SMS, wenn du was... Ah, er ruft an. Hier, der Joker. Kein Moment. Come on, baby. Come on, let me show you what I got. Let me show you what I can do for you. You know you want it. You know you need it. Oh, I can feel your desire. Oh, it's gonna explode. If you know what I mean. Oh, oh, don't do that. So, da ist ein Server abgeschmiert. Das heißt, gleich geht's weiter. Ich muss mich umkümmern. Oh, baby. Oh, I cant grip for a ride you'll never forget. Can't get enough of me. No, you can't. Oh, can't get enough of you. Oh, longing for baby. Oh, baby. Come on, baby. Come on, let me show you what I got. Let me show what I can do for you. You know you want it. You know you need it. Oh, I can feel your desire. Oh, it's gonna explode. If you know what I mean. Oh, don't do that. You're driving me crazy. Oh, you're too hard for me. I'm gonna get crazy. Oh, buckle me up, baby. Buckle and tight. Get ready for a ride you'll never forget. Oh God, I can't get enough of you. I'm longing for baby. Oh God, I can't get enough of you. Oh, come on, baby. Come on, let me show you what I want to get you for you. Na, Trockner. So, ich lade noch mal kurz mit dem Typen. Hey, Mann, alles klar? Ja, bist du Geschäftsmann? Machst du mit? Wir drehen einen Film und werden Millionen. Ein Film, ha? Was für ein Film. Ein gute Laune-Film. Komm schon. Sei nicht so dain. Sieh dir all die Männer hier. Klar? Sogar tot sind ein paar davon heiß. Oh, brutal. Ich traue einfach nur ein paar hübsche Jungs. Auf das Talent kommt es ein. Und ich erkenne Talent sofort. Gute Männer? Du meinst du ein... Oh. Bingo! Er hat es! Blond, Rotchopp, Asiat, Latino. Solange sie nur tot und heiß sind. Je wilder, desto besser. Und jetzt? Beeilung. Zeit ist Geld. Heiße männliche Zombies am Set. Ich soll jetzt heiße männliche Zombies jagen und die hier reinpacken, oder wie? Und dann da filmen. Alter, krass. Nur heftig. Okay. Äh. Muss ich dann da... Okay. Ich soll hier wohl Zombies reinloggen? Ich weiß es auch nicht ganz. Ich soll hier echt Zombies reinführen? Okay. So, den ersten heißen männlichen Zombie habe ich schon. Er hier. Der Rest bitte hier noch. Hallo, die Herren. Kommen Sie bitte mit. Boah. Krass. Die Kinder jetzt echt. Oh nein. Hey, lass den Polo-Patienten in Ruhe. Okay. Und das soll jetzt ein Polo werden. Krass. Hast du Lust auf... Du weißt schon. Etwas Action. Ähm. Nein. Danke. Ich passe lieber. Was soll's. Und ich wollte dir den Job als Zombie-Scharfmacher geben. Dann nicht. Wir sehen uns, Kumpel. So, wir sehen uns. Er sagt es. Ich werde jetzt mal hier eine Pause machen einlegen. Spiel speichern. Spiel erfolgreich. Hier speichert. Und ich mache erstmal eine kurze Pause. Vielleicht geht es dann später mit Arma 3 weiter. Wenn der Rootserver wieder erreichbar ist. Bei uns. Und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis demnächst. Äh. Der Zombie-Porno hat mir jetzt erstmal den Rest gegeben. Ciao. 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 Ciao.